Ich brauche deine Hilfe. Hier in Deutschland passieren gerade Dinge. Das ist nichts Natürliches. Garantiert nicht. Auf nach Deutschland! Sie wissen, wer ich bin und was ich zusammen mit Dave und nun auch Nina für Fälle bearbeite. Ja. Sie können also offen reden. Wir haben Blutreste gefunden. Von Tieren. Aber auch von Menschen. Ah! Eine Hand! Das war kein Wolf. Und auch ein Bär wäre nicht groß genug, um einen Menschen derart zuzurichten. Dieses Zeichen da am Baum. Sieht ein bisschen aus wie ein Vogelfußabdruck. Oh Scheiße, die beiden Teenager. Es reicht mir. Wir sitzen schon 24 Stunden in dieser Hütte herum. Wir müssen handeln. Jetzt sofort! Don! Ich habe es gehört! Das ist es. Hamburg. Mit dem großen internationalen Hafen. Genau das brauchen wir. Äh, um was zu tun? Tja, Nina. Ich glaube, das wird Ihnen so richtig Spaß machen. Twilight Mysteries.